Hallo, ich bin René Schaar vom Mauergarten. Wir sind ein Gemeinschaftsgarten, seit anderthalb Jahren hier im Mauerpark und jeder kann mitmachen. Vor anderthalb Jahren war das hier alles noch richtig Wildnis und so ein Gefühl, das hat man sonst ganz selten in der Stadt. Und das ist total wichtig und man merkt, wenn man hier ist, wie man sich als Mensch verändert, wie die Menschen sich verändert, wie man hier den Freiraum hat, den man sonst eigentlich in der Stadt nur ganz schwer findet, weil alles vorstrukturiert ist und auch ziemlich dicht. Und hier ist mal so ein Ort, wo man durchatmen kann und deshalb finden wir das wichtig. Also hier kann man sogar wilde Tiere beobachten, Füchse nachts, wenn man sich ruhig verhält, Fledermäuse und das ist schon was total wertvolles. Und es ist ganz wichtig, dass jetzt die Argumente kommen, dass ihr einen Satz schreibt oder dass ihr aufs Bürgeramt klickt und eure Stellungnahme abgebt. Jetzt ist die Chance, hinterher wird man dann sagen, ihr habt es nicht geäußert und das wäre schade. Da ärgert man sich immer. Also jetzt handeln und dann sind wir alle glücklich. So. Untertitelung des ZDF, 2020